Eishockey-Clubs haben oft Tiere im Namen. Für die einen sind Löwen Teamplayer, die im Rudel jagen. Für die anderen sind es pure Egoisten. Für die einen sind Bären der Inbegriff von Stärke. Die anderen halten sie für dünnhäutige Mämmen. Und für die einen sind Tiger flink und raffiniert. Für die anderen machen sie nur Show. Aber alle sind sich einig, wie sie die Fans des Gegners sehen. TeleClub. Sieht jeder anders. Basispaket ab 14.90 Franken. Plus Zusatzpaket Sport ab 9.90 Franken. Jetzt bestellen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017